Damit herzlich willkommen zu einem neuen Videomodul der Pädagogik. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter im Zuge der Erziehung. Heute mit dem Grundverständnis von Erziehung. Zunächst einmal die Definition, die ich euch schon in mehreren Videos aufgezeigt habe. Und zwar Erziehung beschreibt eine fürsorgende und stellvertretende Tätigkeit eines Individuums, ein anderes Individuum zu bilden. Und bezeichnet die Darstellung der Welt, um sich in ihr selbstständig behaupten zu können. Ich habe euch bereits unterschiedliche Definitionen zum Erziehungsbegriff aufgezeigt. Ich würde mich da an die Veranstaltung orientieren, welche Definitionen euch nahegelegt werden. Und vor allem die Definitionen mir aneignen, die ich auch verstehe. So, ansonsten müsst ihr halt stumpf auswendig lernen. Wir haben drei Perspektiven zum Grundverständnis von Erziehung, also wie Erziehung gesehen wird. Und diese möchte ich zunächst einmal nennen und danach mit ein, zwei Sätzen dann erläutern. Also wir haben zunächst das technizistische Grundverständnis. Also technizistisches Grundverständnis. Ich spare mir jetzt hier den Begriff Grundverständnis noch hinzuschreiben. Ich denke, das geht hier aus der Überschrift dann auch hervor. So, dann das zweite Paket und zwar naturalistisches Grundverständnis. Naturalistisches Grundverständnis. Und zu guter Letzt eben das kritische Grundverständnis. Also notieren wir hier kritisches Grundverständnis. So, dann habe ich für euch die Erläuterung schon soweit notiert. Ich blende sie mal ein und dann gehen wir die mal Stück für Stück durch. Und zwar das technizistisches Grundverständnis basiert auf einem gesellschaftlichen Machbarkeitswahn. Man könnte auch sagen, Erziehung als herstellendes Machen. Dann haben wir das naturalistische Grundverständnis. Und dieses basiert auf einem endogenen Entwicklungsprozess. Man könnte auch sagen, Erziehung als begleitendes Wachsen lassen. Und zu guter Letzt das kritische Verständnis. Und das kritische Verständnis basiert auf einer Form der Mediation zwischen Anlage und Umwelt. So wie zwischen Individuum und Gesellschaft. Und dieses können wir dann auch bezeichnen als Erziehung. Erziehung als ein zwischen Entwicklung und Gesellschaft vermittelnder Prozess. Was ein Prozess ist, das habe ich in vielen anderen Videos schon aufgezeigt. Ansonsten hier auch mal recherchieren, wenn irgendwelche Fachbegriffe unbekannt sind. Unbedingt selbst noch mal das Lexikon aufschlagen. Ja, das sollte auch soweit gewesen sein. Das zum Grundverständnis. Ich habe euch ja schon auch unterschiedliche Definitionen zum Beziehungsbegriff nahegelegt. Da musst du eben schauen, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll. Und wie gesagt, da würde ich mich an die Veranstaltung orientieren. Ich packe euch wie immer alles unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein. Ansonsten schaut mal die Playlist der Pädagogik auf unserem YouTube-Channel vorbei. So wie auf unserer Webseite. Denn dort findet ihr einen Fragenkatalog zu diesem Modul. Bis zum nächsten Mal und ciao. 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 Ciao.